E-Sportler der League of Legends Championship Series drohen mit Streik, Sonic-Schöpfer so bis zu drei Jahre Haft erhalten und Launch-Probleme auf der Playstation zum Diablo 4 Release. Hallo zusammen, ich bin auch weiterhin Chiara und ich bringe euch heute die News. Der LCS Summer Split könnte aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Riot Games und der League Championship Series Players Association, kurz LCSPA, ausfallen. Die Drohung kommt seitensweit, als die LCSPA, eine Organisation, die die Interessen der nordamerikanischen League of Legends Spieler vertritt, einen Streik ankündigte. Grund für die Umstimmigkeiten ist eine anstehende Änderung innerhalb der North American Challengers League. Das ist eine Art Nachwuchs-Liga für aufstrebende E-Sportler. Riot kündigte an, dass LCS-Teams nicht mehr ihre Challenger-Teams mitfinanzieren dürften. Dies führte dazu, dass sieben von neun Organisationen ihre NACL-Teams fallen ließen. Die Spielergewerkschaft sah mit dieser Entscheidung die Zukunft der E-Sportler gefährdet und stellte Riot Games Forderungen, um die Situation dieser zu verbessern. Darunter der Wunsch nach der Überarbeitung des Ligasystems und ein Jahresbudget von 30.000 Dollar, um finanzielle Sicherheit für die NACL zu garantieren. Die LCS-Players Association gab außerdem via Twitter bekannt, dass Spieler der LCS bereit sind, in den Streik zu gehen. Riot veröffentlichte auf Twitter ein Statement zu den Forderungen der LCS-PA, die allesamt abgeschmettert wurden. Laut Nes Aletaha, Global Head of LoL E-Sports, sei es der Wunsch der E-Sport-Organisationen gewesen, die Finanzierung der NACL-Teams abzuschaffen. Außerdem wäre Riot auch dazu bereit, den LCS-Summer-Split vollständig ausfallen zu lassen, wenn die Teams sich weiterhin weigern, anzutreten. Redfall sollte der nächste große Hit der Arcane Studios werden. So war zumindest die Hoffnung der Fans nach Erfolgstiteln wie Dishonored, Prey und Deathloop. Der Vapia-Koop-Shooter konnte die hohen Erwartungen allerdings nicht erfüllen. Neben technischen Problemen harmonierte der sonst Arcane-typische Gameplay nicht mit dem Endprodukt des Spiels. Dammel targette es schlechte Kritiken, durch die auch Fragen aufkamen, wie das Produkt so auf den Markt kommen konnte. Diese Frage ging Jason Schreier für Bloomberg nach. In diesem Bericht geht hervor, dass bereits beim Pitch des Spiels innerhalb des Studios unter den Entwicklern Zweifel aufkam. Langjährige Mitarbeiter, die nicht daran interessiert waren, an einem Multiplayer-Tipel zu arbeiten, sollen das Studio bereits vor Entwicklungsbeginn verlassen haben. Bei diesen Abgängen blieb es allerdings nicht. Bis zum Erreichen des Gold-Status sollen bis zu 70% der Arcane-Orson-Entwickler, die damals an Prey 2017 mitbeteiligt waren, ihre Stelle gekündigt haben. Die Folge daraus starke Unterbesetzung. Für das restliche Redfall-Team war die Übernahme von Cinemax durch Microsoft im Jahre 2020 ein kleiner Hoffnungsschimmer. Man hoffte, Xbox würde das Projekt rebooten oder komplett einstampfen. Stattdessen ließ der neue Mutterkonzern Cinemax freie Hand und mischte sich nicht in die Entwicklung ein. Das war ein Fehler, den sich Xbox-CEO Phil Spencer während eines Interviews beim YouTube-Kanal Kinda Funny Games eingestanden hat. So sagte er, wir hätten früher für Harvey Smith, dem Redfall-Co-Creative-Director, und das Team da sein sollen. Das geht auf unsere Kappe. Sonic the Hedgehog-Schöpfer Juji Naka wurde das erste Mal im November letzten Jahres wegen Handel von Insider-Informationen verhaftet. Zu diesem Zeitpunkt wurde bekannt, dass Naka während seiner Zeit bei Square Enix Zugriff auf geheime Firmeninformationen hatte. So wusste er im Vorfeld, dass das Entwicklerstudio Aiming an einem Handyspiel namens Dragon Quest Takt arbeitete und nutzte diese Informationen, um Aktien des Unternehmens in Wert von 20.000 Dollar zu kaufen. Einen Monat später kam es zum nächsten Vorfall. Man fand Hinweise darauf, dass Naka ein weiteres Mal vertraute Informationen zu seinem Vorteil nutzte. Dieses Mal kaufte er Aktien des Studios A-Team Entertainment, sie zu dem Zeitpunkt am Mobile Game Final Fantasy VII The First Soldier arbeitete. Man vermute, dass Naka insgesamt 130.000 Aktien gekauft habe, die ihm ein Gewinn von 20 Millionen Yen eingebracht haben. Diesen März bekannte sich Juji Naka schuldig. Nun fordern die Staatsanwälte des Tokyo-Bezirksgerichts, dass der Sonic-Schöpfer zwei Jahre und sechs Monate in Haft kommen soll. Außerdem verlangt man eine Geldstrafe in Höhe von 2,5 Millionen Yen und einen Zusatzboostgeld in Höhe von 170 Millionen Yen. Naka´s Verteidiger versuchen bis zum finalen Beschluss am 7. Juli die Strafe zu verringern. Metal Gear Sonde 2 wäre wegen der Ereignisse des 11. September fast nicht auf den Markt gekommen, erzählt Kojima während eines Interviews bei Weekly Toyo Kaisai. Einer der Gründe sah eine Szene – und jetzt Achtung, kleine Spoiler – in der eine Militärbasis auf Manhattan kracht. Es habe zu viele Ähnlichkeiten zu den Ereignissen des 11. September gegeben, als dass man das Spiel so hätte veröffentlichen können. Aus diesem Grund haben sie Anwälte zurate gezogen, um die Lage einschätzen zu lassen, und diese mussten feststellen, dass man um die 100 Stellen überarbeiten hätte müssen. Und auch ein Meeting mit dem Konami Board of Directors soll laut Kojima nicht gut gelaufen sein, als er ihnen die Handlung des Spiels erklärte. Dies hatte zufolge, dass Kojima keine andere Möglichkeit sah, als die Firma zu verlassen. Er war der Meinung, dass das Spiel nicht während solcher Zeiten veröffentlicht werden sollte. Dass Kojima schlussendlich doch noch an Metal Gear 2 weiterarbeitete, haben wir Ken Kutaragi, dem damaligen Präsident von Sony Computer Entertainment, und Kage Masa Kozuki, dem Gründer von Konami zu verdanken. Beide überredeten ihn weiter am Projekt zu arbeiten. So kam es doch noch zu einem Release des Spiels, der allerdings auf November 2001 verschoben wurde. Diablo 4-Vorbesteller können seit heute um 1 Uhr morgens in das Hack-and-Slay-Abenteuer eintauchen. Und meine Kollegen Maurice und Schmutz machen das ja auch schon fleißig. Doch was wäre ein Blizzard-Release ohne Serverausfälle? Nun, entgegen aller Erwartungen hat man von diesen tatsächlich kaum etwas mitbekommen. Die im Vorfeld durchgeführten Beta-Tests und wahrscheinlich auch der exklusive Vorabzugang scheint zu einem reibungslosen Release beigetragen zu haben. Zumindest gilt das für PC- und Xbox-Nutzer. Größere Startschwierigkeiten gab es auf der Playstation. Dort war es SpielerIn kaum möglich, sich in das Spiel einzulocken. Laut einer wiederkehrenden Fehlermeldung war es dem System nicht möglich, eine gültige Diablo 4-Lizenz zu finden. Der offizielle Diablo-Twitter-Account reagierte zügig auf die Probleme und versicherte, dass man an diesen arbeiten würde. Ob das Problem nun gelöst ist, weiß man allerdings noch nicht. Dazu gab es noch keine Infos auf den Social-Media-Plattformen. Auf der Seite Alle Störungen scheint es aber, als hätte sich die Situation wieder normalisiert. Erzählt uns doch mal, spielt ihr gerade Diablo 4 und wie lief der Launch bei euch ab? Apropos Diablo 4. Ihr hättet bisher nicht die Chance, unser großes GameStar-Sonderheilft zu Diablo 4 vorzubestellen, weil ihr erst die Tests abwarten wolltet? Kein Problem, Spätentschlossene können noch bis einschließlich Sonntag, dem 4. Juni, das 180-seitige Compendium vorbestellen. Oben drauf gibt es das dazugehörige E-Paper, das ihr pünktlich zum Release am 6. Juni erhaltet. Nur wenige Tage später könnt ihr dann das Heft samt XXL-Doppelposter mit einer riesigen Landkarte auf der einen und Lilith auf der anderen Seite im Briefkasten finden. Unsere Compendium beinhaltet unzählige Klassenguides, Crafting-Tipps und detaillierte Karten und mehr. Das war's wieder mit den News. Vielen Dank fürs Willkommen heißen, liebe Community. Ich verabschiede mich ins Wochenende, haut rein und ade.